Alright. Ja, schwimmen wir wieder mit der Massen mit, würde ich sagen. Ja. Sounds good. Ich denke mal, nachdem ich mich dann rausfahre. Mhm. Ja. Erfolgen wieder der Massen. Rudeltiere. Jetzt müsst ihr ja bei mir mitfahren, ist ja die Massensteuer an Bord. Aber wäre gut, wenn vielleicht, ja, wir schauen. Gucken. Der Zerstörer will unbedingt nach C, hat er jedenfalls gesagt. Ja, das kann man auch mit in Richtung C. Okay. Gib mal. Gib einfach mal den Impuls. Wahrscheinlich sind dann wir sogar die kritische Masse, die die anderen auch bewegt, da hinzufahren. Ja. Hä, die fahren alle da hin. Komm, wir fahren da mit. Bist du ja nicht bei, äh, Dings durch? Bei Fallout? Nee. Bin ich noch nicht durch. Das gab's letztens für 20 Euro, da hat's schon echt überlegt, aber, na. Fallout 4 für 20 Euro? Ja. 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 Ja, reicht ja. Ja. Aber, ähm, ich dachte, nee, ich hab ja nicht noch Uncharted, was ich gerne noch wenden möchte. Und... Ja. Ja, da brauchst du halt auch echt viel Geld, da. Ja, da brauchst du halt auch echt viel Geld, da. Ja, da brauchst du halt auch echt viel Geld, da. Du brauchst du Geld, da. Quatsch, Zeit nötig. Ja, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Ne, Zeit brauchst du dafür ewig viel. Krass. Ja, ich weiß, da bist du wieder drei schon, das weiß ich nicht, Zeit ist besser. Ja. Aber cool war das schön. Und wie kommen die ganze Flotte zu uns? Ja. Guckt. Ja. Das ist ein Typ müssen wir versenken da hinten, ja. So schnell sein. Ja. Die Nascar alleine, aber. Ich hab's ja jetzt nicht getroffen. Oh, hier ist ein Zerstörer da. Irgendwo. Ich hab direkt Torpedos vor mir. Ja. Naja, vielleicht hat er auch die Bukki die abgeschossen. Und das ist wie die Furutaka, das weißt du, dass sie mit acht Kilometern Reichweite oder elf Kilometern Reichweite hat. Ich mach trotzdem mal so nahe hin. Also da ist kurz vor mir aufgetaucht. Ja. Ja. Torpedos auf Backbord. Schon wieder. Torpedos voraus. Ja, ja, das ist schon ein Zerstörer. Aber sehr gut, dass du... Aber sehr gut, dass du... wieso schon mal ist. Nee, nee, schießen alle auf mich hier. Amalie, in North Carolina? Hm, sehr schön. B? Komm jetzt, wir turnen mal zu B, würd ich sagen. War da eigentlich jetzt die Pucki hinten weg? Nee. Oh nie. Schade. Der hat zwar noch wenig Leben, aber weg war's nicht. Jaja, ich wüs's schon. Ja, wenig Leben ist ein bisschen wie kein Leben. Das stimmt. Na ja, schießen die Schlachtschiffe auch auf mich. Da ist er. Okay. Das ist außerhalb meiner Reichweite. Das stimmt. Da ist dann die Schlachtschiffe schon. Jetzt darf er nicht noch. Ach du? Ja. Der nehmt. Der nehmt. Und das hat die Schlachtschiffe auch nicht. Aber du wirst wollen. Ja, nehmt mir das noch ein B ein, ich kann mich hier wirklich bekämen unter die ja, hat hier eine UFO gehabt oh shit, Torpedos ja ah, die müssten gleich erzählen, oder? Scheiße, ich hab da AP-Munizieren drin Ah, mich hätten sie erwischt woooaah woooaah Der Zerstörer haut rein, das gibt's vorne. Was war denn das jetzt? Achso, auf der anderen Seite. Das hat doch ein Zerstörer, das reingehauen hat. Ich bin tot. Also ich sinke gerade. Das wird aber auch nichts drin in der Zone. Nein. Ich glaube, wenn er ja da drin ist. Oh shit. Ich kann mal B kriegen. Oh oh. Cool wie mein Schiff untergeht. Gut, ich werde geschossen. Ah, die haben uns ganz schön eingekreist. Ich bin tot. Damit hat er jetzt so gleich nicht. Die Untergangsanimation sind schon cool gemacht, die neuen. Das ist ganz geil. Das stimmt. Mal vergehen die ja so schnell unter wie die Steine im Wasser. Wo willst du? Während ich untergehe, geht dein Schiff noch neben mir unter. Bitte? Während mein Schiff untergehe, gehst du mit dem Steuerbord neben mir noch unter. Geil. Dann können wir uns unter Wasser winken dann. Ja genau. Glückmäßig. Alle Stationen. Du erhebten uns über über dieses Preis. Oh, Tom geht unter und da an Sichtweiter von uns. No. Das sieht so aus. Du musst aber so einen Kratzer an. Das war's. Das ist dann. Uff. 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 Peng. Peng. Tja. Hm. Da war's das. Ja. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Aber immerhin meine Flagge geht zuletzt nur damit. Mhm.